Auch von mir und ich glaube uns ein herzliches Willkommen an diesen doch sehr, sehr sonnigen und schönen Nachmittag. Wir haben für Sie eine kleine Präsentation vorbereitet, um mit Ihnen gemeinsam dieses große Themenfeld der Demokratieförderung in Kindertageseinrichtungen uns mal näher anzuschauen und dort speziell einmal zu schauen, was ist eigentlich die Sicht der Kinder auf dieses Themenfeld. Und Frau Krankenhagen hat uns eben schon gut vorgestellt und hat auch schon gesagt, dass ich bei der Region Hannover arbeite. Eine kleine Sache hat sie vergessen, denn ich bin tatsächlich nebenbei noch Student an der Universität Göttingen und schreibe meine Masterarbeit über genau dieses Thema. Und dieser Vortrag ist deswegen auch so ein bisschen entstanden und zwar genau durch das Interesse der Masterarbeit. Und diese Masterarbeit wird uns jetzt auch so ein bisschen durch den Vortrag begleiten, denn dort wird vor allen Dingen gegen Ende so die ersten Erkenntnisse, die ich schon sammeln konnte, auch nochmal präsentiert in einer kleinen Übersicht. Und genau, deswegen vielleicht nochmal so ein bisschen, warum ist dieses Thema eigentlich für mich ganz persönlich interessant? Klar, erstens, weil ich da meinen Abschluss mitmache und zweitens, weil ich da auch in meiner Funktion als Fachberatung in der Kita derzeit eine große Entwicklung sehe und ich finde, dass wir dieses Thema uns noch ein bisschen genauer anschauen sollten. Damit Sie schon mal wissen, um was es heute geht oder welche Themen wir heute besprechen, haben wir eine kleine Vergniederung für sich vorbereitet. Wir werden uns ganz zu Beginn einfach mit den Grundlagen beschäftigen, was bedeutet eigentlich Demokratie lernen in der Kita. Warum müssen wir das in der Kita eigentlich machen? Gibt es da irgendwie vielleicht auch Vorgaben und was bedeutet das auch im Speziellen für die Kinder? Im nächsten Schritt, und das ist, jetzt kommen wir zum Hauptpunkt, werden wir uns anschauen, welche Maßnahmen zur Qualifizierung von Fachkräften gibt es in der Kita und wie kann man diese Qualifizierungsmaßnahmen strukturieren? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo man sagen kann, Maßnahmen haben immer einen gleichen Charakter und man kann sie deswegen ein bisschen strukturieren? Und dann schauen wir uns als Drittes an, wie werden eigentlich die Qualitäten dieser Qualifizierungsmaßnahmen gesichert? Was gibt es da für Methoden? Im vierten Punkt schauen wir, wie Kinder in diese Maßnahmen mit einbezogen werden, also werden Kinder überhaupt einbezogen in die Qualitätssicherungen dieser Qualifizierungsmaßnahmen und dann schauen wir uns nochmal an, wie werden oder wie können Kinder partizipativ, und das ist ganz wichtig, in eine demokratische Qualifizierungsmaßnahme bzw. in deren Evaluation einbezogen werden. Ganz am Ende haben wir noch ein paar Folien für sich vorbereitet mit Quellen, wo Sie einfach auch nochmal was nachlesen können, wenn Sie irgendwo nochmal vertiefende Informationen benötigen. Warum müssen wir uns in der Kita mit Demokratie beschäftigen? Das ist eine Frage, die ich in meiner Tätigkeit als Fachberater doch ein oder zweimal schon gehört habe und das ist eine gute Frage. Warum eigentlich in der Kita, warum müssen sich Kinder so früh schon und auch die Fachkräfte mit Demokratie und Demokratie lernen beschäftigen? Und ich habe Ihnen hier eine kleine Auflistung gegeben und zwar hierarchisch geordnet von einer sehr übergeordneten Gesetzgebung bis hin zu einer Orientierung, die nur in Niedersachsen Gültigkeit besitzt. Und in dem ersten Abschnitt sehen Sie das Grundgesetz, also das, was all unseren Handeln zugrunde liegt hier in Deutschland und dort steht im Artikel 20 Absatz 1 und 2, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahl und Abstimmung und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Das bedeutet, in diesem Artikel, in diesem Artikel 20 des Grundgesetzes ist beschrieben, wie Deutschland als Staat mit seinen deutschen Institutionen funktioniert, nämlich demokratischen Werten, Normen und auch in demokratischen Abstimmungsprozessen. Das ist in Artikel 20 sozusagen festgeschrieben und um diese Werte und Normen zu erreichen, ist es natürlich nötig, dass die Gesellschaft und die Mitglieder der Gesellschaft diese Werte und Normen kennen. Das bedeutet also, um die Gesellschaft Deutschland zu erhalten, den Staat Deutschland mit seinen demokratischen Vorsätzen, muss es in irgendeiner Form einer Sozialisationsinstanz geben, die Kinder und Erwachsene auf den Weg bringt, dahin auch demokratisch handeln zu können. Und die Frage ist, wo setzt diese an, diese Institution? Und hier gehen wir mal in den Paragraf 2 Absatz 1 des niedersächsischen Kita-Gesetzes und dort können wir sehen, dass Kindertagesstätten und die Kindertagespflege, hier beide erwähnt, erfüllen einen eigenen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Ich glaube, das sind allgemeine Dinge, die bekannt sind und die wir alle auch so abdecken können. Dabei, und der zweite Satz konkretisiert jetzt diesen Bildungs- und Erziehungsauftrag, diese zielt auf die gleichberechtigte, inklusive gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder auf die Entwicklung der Kinder zur eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten an. Das bedeutet, hier im Artikel 2 des N-Kita-Ges ist diese erhaltende Funktion der Kita beschrieben. Sie soll Kinder gemeinschaftsfähig machen. Und gemeinschaftsfähig in einem demokratischen Bundesstaat bedeutet auch, Kindern zu zeigen, welche demokratischen Werte und Normen in diesem Staat existieren. Und das Ganze soll in einer inklusiven gesellschaftlichen Teilhabe passieren. Also auch hier wird der Wunsch und die Forderung deutlich, Kinder sollen gesellschaftlich teilhaben an diesen Prozessen und an diesen Normen und Werten, die wir in Deutschland besitzen. Und noch expliziter macht es der niedersächsische Orientierungsplan. Hier nochmal auch zu bedenken, der Orientierungsplan ist eine Handreichung, ein Rahmen, an dem man sich orientieren sollte. Er stellt also keine verpflichtende Grundlage für die Kindertagesstätten dar. Der Orientierungsplan sagt aber, in den Kindertageseinrichtungen für Kinder werden die demokratischen Grundüberzeugungen erfahrbar. Dazu gehört die Achtung vor der Menschenwürde, Toleranz, Chancengleichheit und Solidarität, die für unsere Gesellschaft wesentlich sind. Das ist politische Bildung in einem elementaren Sinne. Die Tageseinrichtung legt damit ein Fundament für das Heranwachsen der Kinder in die demokratische Gesellschaft. Und hier, Sie sehen schon, ich habe so ein paar Sachen etwas dick markiert, wird nochmal sehr deutlich, was soll die Kita eigentlich leisten. Die Kita soll demokratische Grundüberzeugungen, die für unseren Staat wichtig sind, erfahrbar machen. Und erfahrbar in diesem Sinne ist vor allen Dingen auf den Praxisbezug bezogen. Also die Kinder sollen praktische Erfahrungen mit dem demokratischen Grundüberzeugungen machen können. Diese Grundüberzeugungen stehen dann im nächsten Satz, Menschenwürde, Toleranz, Chancengleichheit und Solidarität. Und wenn das erfüllt ist, wenn das eine Kita macht, dann sagt der Niedersächsische Orientierungsplan sogar, dass das politische Bildung ist. Und zwar politische Bildung in seinem elementarsten Sinne. Und das legt das Fundament für das Heranwachsen der Kinder in unsere Gesellschaftsform, nämlich die Demokratie. An der Stelle ist vielleicht nochmal ganz spannend zu erwähnen und zu wissen, dass dieses Heranwachsen der Kinder in die demokratische Gesellschaft vor ungefähr 30 Jahren nicht der Kita zugeordnet wurde, sondern vor allen Dingen in der Institution Schule verankert war. Also selbst in der Grundschule wurde die Erziehung zur Demokratie gefordert. Jetzt seit ungefähr so 20 Jahren steigen Qualifizierungsmaßnahmen zum Demokratiewissen in Kitas und aber auch die Überzeugungen der Fachkräfte und der Eltern und der Kinder, dass Demokratie in die Kita gehört und dort auch so gelebt werden sollte. Also wir sehen, es ist tatsächlich gesetzlich verankert, dass Demokratie in die Kita gehört und dass wir in der Kita auch in irgendeiner Form Demokratie ausüben müssen. Und wie das genau geschieht, das gucken wir uns jetzt an. Ja, vielen Dank Herr Wolf und vielen Dank auch für die schöne Begrüßung. Ich kann nahtlos anschließen. Sie haben jetzt im Grunde so schön die Vorlage gegeben. Die fettgehobenen Teile im Text sind mir im Augenblick sehr wichtig. Man kann sich nämlich darüber streiten, ob das grundbegrifflich korrekt ist. Diese Aufgabe demokratische Grundüberzeugungen in Tageseinrichtungen für Kinder erfahrbar zu machen, als politische Bildung in einem elementaren Sinn zu bezeichnen. Erfahrbar machen heißt ja im Grunde in gemeinsamen Handlungsvollzügen Demokratie praktizieren, Demokratie erleben können. Und das ist etwas anderes als das, was man gemeinhin unter politischer Bildung versteht. Dort geht es ja vor allem um eine begrifflich basierte, häufig auch reflexive, metakognitive Auseinandersetzung mit politischen Themen. Und dieser Anspruch ist im Grunde sozusagen für den Kita-Bereich deutlich zu hoch. Und das sozusagen runterzubrechen, zu sagen, politische Bildung in einem elementaren Sinn, braucht etwas zusätzlich an Erklärung. Und da würde ich gern sozusagen das noch ein kleines bisschen vertiefen. Ich hoffe, in dem Fall sage ich jetzt noch mal, dass es nicht zu theoretisch wird. Ich versuche, das wirklich sozusagen ganz gut zu machen. Man könnte ja sagen, also der Kern des Problemen, um den es geht im Kita-Bereich ist. Man muss in anschaulichen und auch erlebnisbezogenen Formen entwicklungsangemessene Gelegenheiten schaffen für Demokratie lernen. Und Sie merken jetzt schon, Demokratie lernen ist, wenn man, so wie es im Augenblick üblich ist, Demokratiebildung als einen Überbegriff sozusagen definiert, ein wesentlicher Bestandteil von Demokratiebildung, zu dem auch politische Bildung gehört. Aber es sind verschiedene sozusagen Dimensionen. Das will ich ein klein bisschen noch erläutern. Wenn man das also sagt, also der Fokus im Kita-Bereich ist zunächst und ganz elementar in diesem Sinn eher Gelegenheiten für praktisches Demokratielernen schaffen, dann könnte man sagen, so in Anlehnung an diese Stiftung Haus der kleinen Forscher, Kindertageseinrichtungen sind so etwas wie Lernorte der Demokratie. Und sie sind auch so etwas wie Laboratorien der kleinen Demokratinnen und kleinen Demokraten. Und in letzter Instanz auch Orte der politischen Bildung, in dem man ja mit Kindern entsprechende politische Themen und Geschehnisse auch thematisieren kann, aufgreifen kann und auch sollte und das auch mit ihnen besprechen kann. Im Grunde setzt das ganze Konzept aber voraus, dass in Kitas menschenrechtliche Werte gelten und demokratische Normen beachtet werden. Also es muss so etwas geben wie eine demokratische Kita-Kultur. Das als sozusagen grober Rahmen, wenn man denn auch politische Bildung macht und wenn man sozusagen politische Bildung mit demokratischen Themen verbindet. Sonst kann es sein, dass man eben sozusagen politisiert und die Kinder nicht verstehen können, weil der Rahmen drumherum sozusagen nicht demokratisch imprägniert ist, was da eigentlich gerade geschieht. Also im Grunde geht es mir ein bisschen darum zu sagen, eine demokratische Kultur dient dazu, die Kinder zu erden. Also das Lernen zu situieren. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, weil es auch pädagogische Fachkräfte, man könnte sagen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen fordern. Wenn man jetzt im engeren Sinn diese politische Bildungsaufgabe da nochmal in Verbindung bringt, würde man sagen, auch für Kita-Fachkräfte gilt so etwas wie im schulischen Kontext der Beutelsbacher Konsens, also als eine didaktische Vorgabe. Das heißt, wenn man mit Kindern über politische Themen spricht, dann darf es nicht darum gehen, sie weltanschaulich zu indoktrinieren oder gar zu überwältigen. Also das ist gerade im Kita-Bereich, glaube ich, eine sehr herausfordernde Aufgabe. Man muss auch bedenken, dass die Kinder noch sehr in ihren eigenen Sichtweisen befangen sind. Und trotzdem muss man auch gesellschaftlich kontroverse Dinge, auch kontrovers sozusagen darstellen. Also auch das schon ist ein Teil von Kita-Aufgabe im Bereich von politischer Bildung. Und die Kinder sollten die Gelegenheit haben, auch wenn sie noch stark vielleicht an der einen oder anderen Stelle Wunsch und Bedürfnis geleitet sind, aber sie sollten auch Gelegenheiten haben, ihre Interessen zu äußern und die sollten sozusagen anerkannt werden. Das sind so, wenn man, wie gesagt, das mit politischer Bildung im elementaren Sinn, wie das genannt ist, in Verbindung bringt, sozusagen didaktische Anforderungen, denen sich Fachkräfte gegenüber sehen. Und wenn man das dann sozusagen noch rückbindet an die Organisationsstrukturen und an die pädagogische Aufgabe, dann sind das ziemlich komplexe Aufgaben, mit denen sich Fachkräfte konfrontiert sehen auf mehreren Ebenen. Und es war ja schon im Gesetzestext schön beschrieben worden. Es geht um inklusive, gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe, Gemeinschaftsfähigkeit ist gesagt worden und eben auch diese sozusagen Komponente aus der Entwicklungsperspektive. Es geht um Eigenverantwortlichkeit, um Selbstbestimmung. Und wenn man das so jetzt einfasst, dann kann man jetzt die Perspektive formulieren. Also wenn Kitas all das leisten sollen, brauchen sie auch im Grunde ein Ziel und ein Gegenstück, an dem man erkennen kann, dass das, was man tut, erfolgreich ist. Also man braucht, sozusagen, einen Indikator oder ein Rahmenkonzept, um zu erkennen, ob demokratiepolitische Teilhabe in Kitas auf diesen verschiedenen Ebenen tatsächlich eingelöst wird. Das ist eigentlich das Problem. Und das Problem will ich so ein bisschen jetzt, man könnte sagen, dadurch sehr plakativ lösen, dass man sagt, man braucht eigentlich ein Konzept, in dem beschrieben ist, was demokratische Handlungskompetenz von kleinen Kindern meint. Und Kompetenz sein heißt dann, also und zwar jetzt wieder im Allgemeinsinn, wir verwenden Kompetenz immer im Sinne von Bereitschaften und Fähigkeiten, ich sag mal, sein Wissen und sein Können in bestimmten Anwendungssituationen auch abzurufen und auch anwenden zu können. Und wie gesagt, für Kinder ist das sozusagen auch besonders herausfordernd, weil man sie ja noch in einem Entwicklungsprozess befindlich sieht. Und die Frage ist dann eben, was kann man schon sozusagen an Vorläuferfähigkeiten von Demokratiekompetenz erkennen? Aber wie kann man mit dem Konstrukt Demokratiekompetenz schon arbeiten, um diese Vorläuferfähigkeiten auch abzubilden? Das ist so ein bisschen jetzt der Punkt, auf den ich noch ein bisschen intensiver eingehen will. Also man heißt, wenn man es etwas klassischer formulieren will, würde man sagen, auch Erwachsene verfügen über Demokratiekompetenz. In demokratischen Gesellschaften sollten sie ja in der Lage sein, zu sagen, eigene Entscheidungen zu treffen, sich ein Urteil zu bilden, an entsprechenden Prozessen teilzunehmen. Und wie gesagt, sie sollten in der Lage sein, wie heißt das so schön, dann an der politischen Selbstbestimmungspraxis teilzunehmen. Und genau das gilt auch für Kinder. Sie sollten auch in den Kindertageseinrichtungen sozusagen an politischen Selbstbestimmungspraktiken teilnehmen, wenn man denn sozusagen Demokratiebildung mit Demokratie lernen und politischer Bildung sozusagen mit diesem Experimentierfeld verbindet, so wie wir das gerade getan haben. Und jetzt besteht im Grunde ein Praxisbeispiel. Sie sind mir jetzt eine Spur noch zu schnell, ich muss ihn einmal noch quälen sozusagen. Ich muss Ihnen das noch ausbuchstabieren. Ich muss Ihnen ja noch, also es reicht ja nicht zu sagen, man braucht so etwas wie Demokratiekompetenz als sozusagen ein Konzept, an dem man überprüft, ob das, was man pädagogisch demokratieförderlich macht, sozusagen erfolgreich ist. Ich muss ja Ihnen sagen noch ganz kurz, was das gemeint ist. Und in dem Zusammenhang will ich das aber auch versuchen auszubuchstabieren, dass Sie da einen Blick dafür bekommen. Also von daher, ich glaube, können Sie gerne mal die nächste Folie zeigen, um das Konstrukt sozusagen zu erörtern. Also man kann sagen, wenn wir über demokratische Handlungskompetenzen sprechen, dann haben wir sozusagen zwei Aspekte, die in besonderer Weise eine Rolle spielen. Auf der einen Seite können wir fragen, was braucht es für subjektive Voraussetzungen, die Menschen instand setzen, demokratisch zu handeln und was für konkrete Fähigkeiten sind damit verbunden, demokratisch zu handeln. Und ich will, also das Konzept hier ist im Grunde sozusagen eine Verbindung aus Konzepten der Politikdidaktik, wie sie im schulischen Kontext diskutiert werden. Dort werden vor allem diese eher subjektiven Voraussetzungen thematisiert. Und die zweite Verbindung ist sozusagen die Übersetzung in praktische Handlungsfähigkeiten, so wie man das im demokratiepädagogischen Diskurs eigentlich sozusagen thematisiert. Ich will das mal sagen, jetzt auf die Anfrage hinschauen, kann man das ein bisschen sozusagen kontextualisieren, auch gleich versuchen. Also wie gesagt, egal ob sie erwachsen sind oder Kinder, wenn man Demokratieförderung, wenn man das daran an Demokratiekompetenz messen will, dann geht es ja darum zu fragen, was weiß man über Politik und wie wichtig ist das Wissen für politische Entscheidungen, das man hat. Völlig klar, politische Bildung zielt ja ganz entscheidend darauf ab, Wissen aufzubauen über, man könnte sagen, Strukturen, Prozesse und Inhalte von Politik. Und jetzt ist das Problem, wenn man das auf den Kindergarten runterbricht, könnte man sagen, was wissen denn kleine Kinder schon sozusagen über Politik? Wie ist ihr Politikwissen? Ich würde mal sagen, also aristokratische Herrschaftsformen sind Ihnen aus Märchen ganz gut bekannt. Aber wissen Sie auch schon etwas über Demokratien? Gibt es Kinderbücher, in denen demokratische Prozesse beschrieben werden? Und ich weiß inzwischen, es gibt sozusagen ein Riesensortiment sozusagen auch von Quellen und Texten, wo auch demokratische Prozesse, die kleinen Demokraten aktiv werden und man das im Grunde sehen kann. Also das heißt, auf einer sehr anschauungsbezogenen Ebene gibt es sozusagen auch Materialien für Kinder, um ihr, man könnte sagen, um ihre Vorstellungen zur Politik und an der Stelle anzureichern mit ersten Formen von, ich würde es mal nennen, vorbegrifflichem Wissen. Das ist die Ebene des subjektiven Voraussetzungen Wissen. Das zweite ist, um politische Entscheidungen zu treffen, muss man ja in der Lage sein, Dinge zu beurteilen. Auch das ist im Kindergartenbereich, glaube ich, sehr schwierig für Kinder, zu sagen, reflexive Urteile zu treffen. Wenn man überlegt, dass also die Kinder, ich nenne es einfach mal so, so im klassischen piazischen Sinn, noch sehr anschauungsgebunden denken, sich sozusagen sehr von sinnlichen Erscheinungen leiten lassen, sich sehr stark an Folgen orientieren, dann sind auch ihre Urteile eher an diesen Oberflächenmerkmalen orientiert. Das heißt also, sie haben bestimmte Formen von Urteilsfähigkeit, aber sie sind sozusagen noch nicht so reflexiv und das heißt dann auch für politische Fähigkeiten und politisches Handeln mit Kindern, man muss sie an der Stelle auch sozusagen darin unterstützen, eigene Meinungen sich zu bilden, eigene Urteile zu treffen und muss sie im Grunde so ein bisschen begleiten. Aber es liegt auf einer anderen Ebene. Also von daher hat man es mit Vorläuferfähigkeiten zu tun. Und die dritte Frage ist, in dem Zusammenhang, was für Haltungen bringt man mit demokratisch, also politische Bildung heißt ja sozusagen zunächst mal nur im Allgemeinen sich über Politik zu informieren und darüber Bescheid zu wissen. Aber wenn man das mit Demokratie verbindet, wie das im Begriff Demokratiebildung ja angedeutet ist, steckt dahinter ja auch eine Haltung. Also das heißt eine bestimmte normative Orientierung, die ganz stark ist. Und jetzt ist das so, im Kindergartenbereich kann man eigentlich noch nicht voraussetzen, dass die Kinder autonom sind, sondern sie sind, wie heißt das dann noch so drastisch, eher heteronom, sie sind noch sozusagen sehr stark lenkbar eben durch sozusagen Belohnungen, die man ihnen in Aussicht stellt, also von äußeren Umständen durch auch angedrohte Strafen und ähnliches mehr, also auch da das gleiche Muster. Aber sie können trotzdem so etwas wie eine Haltung schon sozusagen entwickeln. Und Sie merken jetzt schon, da spielt wieder diese Frage des Kontextes eine Rolle. Also in dem Augenblick, in dem ich selber mich in einem Kita-Umfeld bewege, das eine demokratische Kultur hat, werden mir ja auch Partizipationsmöglichkeiten angeboten in demokratischen Prozessen. Und wenn ich mich daran beteilige, entwickle ich so etwas wie eine Vorläuferfähigkeit von demokratischer Haltung. Ich befürchte, dass das immer noch ein bisschen zu abstrakt ist, aber wir kommen sozusagen der Sache näher, weil wir sagen, also ich will damit sagen, das sind alles Facetten, die sozusagen im Blick behalten werden müssen, wenn es darum geht zu fragen, um was geht es eigentlich, wozu Demokratieförderung? Und man muss dann wissen, dass man mit anderen Wissenskonzepten arbeitet, dass man andere Formen von Urteilen sozusagen ermöglicht und dass man noch nicht davon ausgehen kann, dass Kinder aus einer inneren Überzeugung heraus demokratisch handeln. Jetzt kommt die zweite Ebene. Jetzt haben wir die subjektiven Voraussetzungen beschrieben. Jetzt kommt die zweite Ebene, wo es um konkrete Anforderungen geht. Und da ist jetzt, wenn man über Kompetenzen spricht, heißt es ja immer, es gibt sozusagen in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Herausforderungen. Und kompetent ist man, wenn man diese lösen kann. Sehr bereichspezifisch, egal, auf was Sie das anwenden. Und wenn Sie das auf Demokratie anwenden, und darüber sprechen wir ja gerade, heißt das sozusagen, dass man eben in der Lage sein muss, sich sozusagen an diesen Selbstbestimmungspraktiken zu beteiligen. Ich formuliere es einfach mal in dieser knappen Form. Und das heißt also, ob erwachsene Bürger oder kleinere, im Grunde ist es immer das Gleiche, sich zu beteiligen, sich einzubringen mit eigenen Beiträgen und bestimmte Dinge sozusagen dann auch eigenständig mit anderen zu regeln. Hier stehen jetzt so sechs Begriffe. Das klingt für Sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen willkürlich. Ich will so ein bisschen noch den Kontext erläutern. Wir haben das im Wesentlichen aus dem Magdeburger Manifest der Demokratiepädagogik sozusagen entnommen. Und dort ging es im Grunde darum zu beschreiben, was sind denn die Elementarier, die demokratisches Handeln erfordern. Auch das will ich mal versuchen, mit Blick auf die Kita zu konkretisieren. Was heißt Inklusion? Sollte man sagen, alle Demokratien orientieren sich an allgemeinen Menschenrechten und sind, wenn sie sich an Menschenrechten orientieren, auf Inklusion angelegt. Das fällt in heutigen Zeiten sehr schwer zu formulieren, weil wir, man könnte sagen, in weltpolitischen Konstellationen sind, wo wir tagtäglich aufs Neue erfahren, dass Menschenrechte eine, wie soll man das nennen, eine Hoffnung sind, an die viele glauben, aber die einige auch sozusagen mit einem Schmunzel beiseite legen und als Schwäche von denen auslegen, die sich daran orientieren. Also das ist ein Problem, aber Demokratien funktionieren sozusagen nur auf der Grundlage der Anerkennung von Menschen als gleichberechtigten und gleichwertigen Subjekten. Sie sind also auf Inklusion angelegt. Man gehört dazu. Und Inklusion heißt, sich wechselseitig eben in dieser Gleichfertigkeit und Gleichberechtigung anerkennen. Das heißt, wenn man das auf Kindergärten und Kindertagseinungen herunterbricht, dann geht es darum, dass Kinder unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Geschlecht oder allen anderen, man könnte sagen, sozialen Differenzmerkmalen, als vollwertig anerkannt werden. Und dass sie die Erfahrung machen, anerkannt zu werden, weil sie eine Person sind. Unabhängig sozusagen davon, was sie an körperlichen oder sonstigen Voraussetzungen mitbringen. Das heißt also, in Kitas geht es im Grunde darum, diese Erfahrung auf dieser elementaren Handlungsebene zu ermöglichen. Kinder einzubeziehen vorurteilslos und sie vor integritätsverletzenden Diskriminierungen zu schützen. Also all das sozusagen einzuschränken. Das ist ein wesentlicher Teil sozusagen, der zum demokratischen Handeln dazugehört. Was heißt das sozusagen, wenn man das ausbuchstabiert, für den Alltag in Kitas? Wie müssen Kinder miteinander umgehen? Wie geht man mit den Kindern um sozusagen als Fachkraft? Aber was heißt das sozusagen für das Miteinander? Und daraus resultieren sozusagen Anforderungen. Das gleiche gilt für Partizipation. Frau Krankenhagen hat am Anfang gesagt, das Programm heißt ja Teilpartizipation, Demokratiebildung und Partizipation. Also der Begriff taucht immer auf. Ich will Ihnen sozusagen ein bisschen konkreter buchstabieren und sagen, es geht natürlich, ich sehe hier nicht die Anmerkung und würdevoll als Subjekt. Genau, das ist sozusagen der Punkt noch zur Inklusion. Genau, die Würde sozusagen steht drüber. Darum geht es. Genau das ist sozusagen der Punkt, der mir an der Stelle auch wichtig ist. Und noch mal Gelegenheiten sozusagen so zu schaffen, dass Kinder das auch sozusagen wechselseitig erfahren, dass man sich respektiert, sich achtet als Person. Jetzt also zu der zweiten Ebene Partizipation. Da ist sozusagen der Punkt im Grunde der, Demokratien basieren auf zivilgesellschaftlicher und staatsbürgerlicher Teilhabe. Und das hat unterschiedliche Formen. Wenn man es auf Kitas herunterbricht, würde man sagen, auch bei Kitas geht es darum, Kinder einzubeziehen, ihnen Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen. Also konkret ihnen Gelegenheiten zu geben, mitzusprechen, sich zu artikulieren. In Morgenkreisen beispielsweise das klassische Forum für Mitsprache. Also sagen, wir reden miteinander. So ist es eher gemeint. Also miteinander sprechen. Die zweite Ebene ist Mitbestimmen im Kita-Bereich, in dem man Kinderräte sozusagen etabliert. Da geht es um Meinungsbildungsprozesse, die auch zu Entscheidungen führen. Es geht um Mitgestaltung. Also sozusagen beteiligt werden bei Aktivitäten, gehört werden. Und es geht um Mitverantwortung übernehmen, also Dienste übernehmen, die man schon machen kann. All das sind sozusagen Elemente von Partizipation, von gelebter Partizipation. Und man sieht, wenn man es da runterbricht, sind das alles Gelegenheiten, nicht nur um sozial zu lernen, sondern auch sozusagen, um zu lernen, demokratisch zu handeln. Aber diese letzte Bedingung setzt eben die demokratische Kultur der Einrichtung voraus. Sonst ist es soziales Lernen. Das kann man ja auch anders machen. Also deutlich machen. Also das ist sozusagen, das ist der Punkt Partizipation, um den es geht. Das ist eine wichtige Fähigkeit sozusagen, die die Demokratien und Demokraten Demokratinnen auszeichnen. Dann das Gebot von Transparenz. Da muss man im Gegenwart, glaube ich, gar nichts dazu sagen. Wir Erwachsene sozusagen, die von einer Flut von Informationen sozusagen überschwemmt werden und nicht wissen, was richtig, was falsch ist, was Fake News ist. Die Berliner Bürgermeisterin sozusagen, die von sozusagen, die politisch vorgeführt werden soll, indem sie ein falsches Interview führt mit dem Bürgermeister von Kiew und so weiter. Also Dinge, wo man sich also denkt, in was für einer sozusagen kommunikativ vernetzten Welt leben werden, die entgleist das Ganze. Und in so einer Welt ist es umso wichtiger, transparent zu kommunizieren. Also, und Transparenz ist eine notwendige Bedingung sozusagen für Meinungsbildung und Selbstbestimmung. Und jetzt wieder auf Kita-Bereiche bezogen, heißt das, wenn Kinder lernen sollen, ihre Angelegenheiten selber zu regeln, dann brauchen sie dafür auch Erwachsene, die ihnen helfen, sozusagen die Sachlagen zu verstehen. Die müssen ihnen sozusagen, die müssen mitdeuten, die Welt, in der sie sind, auch die Situation, in denen sie sind. Sie brauchen sozusagen an der Stelle Unterstützung. Sie brauchen auch sozusagen Hilfen, um Entscheidungsprozesse, die sie noch nicht so überblicken, sozusagen überblicken zu können. Also das heißt, Erwachsene sollen auch zeigen, wenn ihr das so macht, dann passiert das und das. Und trotzdem sozusagen ihnen die Möglichkeit zu belassen, das zu entscheiden. Man merkt, das ist eine Gratwanderung. Aus meiner Sicht ist es eine viel schwieriger Anforderung, als das im schulischen Bereich der Fall ist, wenn man sozusagen eben im schulischen Kontext immer schon Voraussetzungen kann, dass die Kinder etwas verfügen wie konkrete Operationsfähigkeiten, logisches Operieren und so. Also wenn Kindern ist das sozusagen noch auf einer Vorstufe. Also von daher ist das eine wichtige Angelegenheit, die zu bedenken ist. Und dann haben wir sozusagen den Punkt, Deliberation ist ein sperriges Wort, ich gebe es zu. Ich sage einfach mal, es geht um abwägendes Aushandeln. Also sozusagen kommt halt der Wissenschaftler durch, das ist ein Amerikanismus, der dahinter steckt, Deliberation. Also im Grunde geht es um das abwägende Aushandeln und Demokratie ist nun mal sozusagen das Abwägen und das Aushandeln. In dem Fall von Meinungen häufig geht es um Mehrheiten und nicht immer um das rationale Wissen. Das muss man auch immer an der Stelle bedenken. Also von daher ist es was anderes als wissenschaftlicher Diskurs. Es ist ein Diskussionsprozess und wir haben natürlich die Hoffnung, dass sich die rationalen Argumente durchsetzen. Aber letztlich ist es ein Klärungsprozess, der auch zu Mehrheiten führen soll. Und zwar Mehrheiten, die demokratisch sind. Das heißt von allen akzeptiert werden sollen. Und ich habe vorhin schon bei Mitbestimmung gesagt, Kinderräte sind gut. Auch hier sozusagen ein Deliberationsforum, also Kinder zu beteiligen über solche Formen. Das sind glaube ich die, gibt es einen demokratischen Begriff, eine Alternative für Königsweg? Ich weiß es gar nicht. Demokratieweg in der Richtung sozusagen. Also das wäre hier anzudenken. Jetzt haben wir noch zwei Begriffe und dann bin ich sozusagen mit dem langen, auch theoretischen sozusagen hoffentlich ein bisschen praktisch geerdeten sozusagen auch durch. Das eine ist die Frage der Legitimität. Demokratien müssen ja auch immer sich der Frage auseinandersetzen, ist das legitim, was wir machen? Also wir haben im Corona-Kontext haben wir häufig solche Fragen auch gehört sozusagen. Also ist es noch sozusagen gerechtfertigt, solche massiven Einschränkungen vorzunehmen und so weiter. Also es sind sehr viele Fragen in dieser Art sozusagen auch diskutiert worden. Es gab auch Lösungen, die sehr fragwürdig waren sozusagen auf allen Ebenen. Aber man sieht sozusagen für die Demokratie ist die Frage nach der Begründbarkeit sozusagen von Handlungen und von Normen ganz elementar wichtig. Für Kitas und das ist jetzt glaube ich, da ist es ganz spannend. In Kitas Legitimationsfragen stellen klingt ein bisschen seltsam, weil die Kita ja keine Police ist. Also wenn Sie jetzt Vertreter von Einrichtungen sind, hinter denen noch ein Träger steht, dann werden Sie selber wissen, auch Sie als Fachkräfte sind ja auch sozusagen in den Formen der Mitbeteiligung und Mitbestimmung ja auch in Teilen nicht ganz so frei. Aber das muss man einfach mit bedenken. Das gilt ja auch in dem Fall für Schulen. Wir haben es nicht mit souveränen politischen Einrichtungen zu tun in diesem Fall. Und trotzdem braucht man sozusagen Gelegenheiten zur Diskussion über Regeln, über Absprachen. Kinder brauchen Gelegenheiten, Normen zu kritisieren. Kinder brauchen Gelegenheiten, auch Beschwerden zu artikulieren. Das ist sozusagen im Grunde damit gemeint, auch wenn sozusagen die große Grundsatzreflexion vielleicht noch nicht stattfinden kann. Aber Sie können ja trotzdem sozusagen sehr genau sagen, wenn Ihnen sozusagen irgendetwas missfällt oder wo der Schuh drückt und wo es sozusagen in Teilen dann auch formal schwierig ist. Und an der Stelle müsste man jetzt eigentlich noch länger ausführen und sagen, da kommen auch die Eltern natürlich ins Spiel. Die ganze Frage von Erziehungspartnerschaft kommt ins Spiel. Aber das blenden wir mal aus. Letzter Punkt, die Frage der Effizienz. Das ist immer ein bisschen seltsam. Aber im Grunde muss man ja immer überprüfen, ob die Entscheidungen, die man trifft, auch zielführend und effizient sind. Also beispielsweise ein aktuelles Beispiel mit den neuen Euro-Tickets auf der Bahn. Muss man ja im Grunde sozusagen jetzt dann irgendwann sagen, so was hat es gebracht? War es sozusagen im Sinne unserer Ziele effizient und so weiter? Wäre ja eigentlich sozusagen ein vernünftiges Verfahren. Und so ähnlich muss man das eigentlich auch handhaben, wenn Kinder Entscheidungen gemeinsam treffen. Dann muss man auch mit ihnen zusammensitzen nach einer bestimmten Zeit und fragen, so und was hat es gebracht? War das gut? War das nicht so gut? Wollen wir? Und so weiter. Also diese Art von Fragen müssen auch sozusagen auf der Ebene möglich sein. Ich hoffe, dass jetzt sozusagen in diesem Schnelldurchlauf durch ein relativ komplexes Modell von Demokratiekompetenz zwar im Grunde deutlich geworden ist, zu sagen, dass man dieses sehr komplexe Konstrukt von Erwachsenen auch auf den Kinderbereich sozusagen transponieren kann. Man kann auch im Kita-Bereich damit arbeiten und kann auf dieser Ebene dann sehr wohl sagen, also wenn wir Maßnahmen machen, dann wollen wir auch sehen, dass es Wirkung hat. Und wenn es um Wirkung geht, hat man die Möglichkeit sozusagen hier Dimensionen zu beschreiben, wo man dann Wirkungen festmachen kann. Und wenn man das jetzt nochmal abrundet, und dann kommt gleich Herr Wolf wieder ins Spiel, würde man sagen, wenn man all diese Dimensionen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, berücksichtigt, dann kann man sehr wohl sagen, also Kindertageseinrichtungen, die sich sozusagen in dieser Weise demokratisch definieren und verstehen und im Sinne der auch gesetzlichen Grundlagen und der Erlasse entsprechend arbeiten, sind Orte der politischen Bildung, weil man Themen aufgreifen kann in einem demokratischen Rahmen. Also sie sind Lernorte der Demokratie, ganz elementar. Und je nachdem, wie stark man sozusagen Kinder und Kinder einbezieht in diese Selbstbestimmungspraxis, sind sie auch Laboratorien der kleinen Demokraten. Und das wiederum setzt im Grunde, es ist ein anspruchsvolles institutionelles Konzept, das wiederum setzt, glaube ich, sehr komplexe professionelle Anforderungen, sozusagen auch voraus. Und Herr Wolf wird es, denke ich, auch das aufgreifen und im Grunde sozusagen thematisieren, wie sozusagen die Qualifikationsfrage in den pädagogischen Diskursen zu den Fachkräften auch aufgegriffen wird. Genau, ich glaube, das war mein Stichwort. Ich habe Ihnen hier einmal mitgebracht, wie Sie sich ganz praktisch als Fachkräfte und als Leitungskräfte auch informieren können, welche Fortbildungen und Weiterbildungen sind eigentlich für das, was ich möchte, sinnvoll. Und ich habe mal versucht, Fort- und Weiterbildungen zu systematisieren, und zwar im Bereich der Demokratiebildung. Und hier gibt es für mich zwei Wege. Einmal den Weg zu schauen, was sind die wissenschaftlichen und förderrechtlichen Akteure. Das ist ein Weg, den beispielsweise ich in meiner Arbeit bei der Region brauche, denn dort schaue ich, welche übergeordneten Hierarchien gibt es, die mir Fördergelder sozusagen zuspielen, damit ich Fortbildung und Qualifizierung für Fachkräfte durchführen kann. Das wäre die eine Seite, wie man im Prinzip systematisieren kann, welche Fortbildungsprogramme gibt es. Bund, Land und dann Kommune und auch Träger. Und dann schaut man, welche Zuständigkeitsbereiche haben die und wie praktisch werden diese Qualifizierungsmaßnahmen dann umgesetzt. Die andere und für mich spannendere Möglichkeit zu systematisieren, welche Qualifizierung es gibt, ist die inhaltliche Ausrichtung zu betrachten. Und bei der inhaltlichen Ausrichtung gibt es ein, gibt es schon so ein paar Untersuchungen und ich habe im Prinzip mir von Frau Prengel die Untersuchung vorgenommen und habe dort geschaut, welche Modelle werden dort beschrieben, um Fortbildung und Qualifizierung für pädagogische Fachkräfte im Bereich der Demokratiebildung zu systematisieren. Und das sind im Prinzip diese fünf Modelle, die dabei entstanden sind. Wichtig dabei ist, dass jedes Modell immer in jedem anderen mitspielen kann. Also eine Fortbildung wird niemals nur quasi politische Ansätze verfolgen, sondern sie wird quasi politische Ansätze verfolgen und auch den Bildungsbereich soziale Bildung. Aber ich glaube vor allen Dingen in der pädagogischen Arbeit ist es schön, wenn man sich diese Modelle noch mal ein bisschen vor Augen führt, um in der Kita zu überprüfen, welchen Ansatz verfolge ich eigentlich in meiner Arbeit, in der Kita und auch im Team und von welchen Ansätzen könnten wir uns auch noch mal, ich sag mal so ein paar Dinge ins Gedächtnis rufen. Die quasi politischen Ansätze, die leiten sich eigentlich aus politisch gelebten Demokratien ab. Das heißt, das sind Ansätze und Methoden, die in Deutschland, in unserem demokratischen Staat, von Politiker und Politikerinnen gelebt werden. Mehrheitsentscheide beispielsweise, Abstimmungen, aber auch Parlamente und Ausschüsse. Also ein Kinderparlament oder ein Kinderausschuss, der zu einem bestimmten Thema in der Kita tagt, um beispielsweise zu erörtern, ob es wichtig ist, ein neues Spielzeug zu bestellen, ist ein quasi politischer Ansatz, denn es wird eine Methode aus der gelebten Politik genommen, verändert und in die Kita integriert. Es geht also darum, Kinder praktisch zur politischen Partizipation zu erzielen und hier wirklich zur politischen Partizipation, denn es sind Modelle der Politik, die wir in die Kita transferieren. Insgesamt geht es darum, in diesen Fortbildungen Institutionen insoweit anzupassen oder zum Anpassen anzuregen, dass sie einen gemeinsamen Demokratiegedanken entwickeln. Also was verbindet die Institution und hier meine ich vor allem die Fachkräfte und das Leitungsteam mit dem Gedanken der Demokratie? Und wie soll diese Demokratie in die Erziehung, die und Bildung der Kinder in der Kita einbezogen werden? Mit welchen Methoden? Innerhalb dieser Fortbildungen werden ganz oft Methoden besprochen. Wie können Kinderparlamente gestaltet werden? Wie können Mehrheitsentscheide gestaltet werden? Wie können auch Wahlen in Kitas aussehen und sehr praktische Anregungen geben? Umgesetzt wird es dann so, dass Kinder in ganz bestimmte Themen einbezogen werden und hierbei aber vor allen Dingen Themen, die die Lebenswelt der Kinder betrifft, thematisiert werden. Also beispielsweise die Anschaffung einer neuen Spielsache, Schlaf- und Essensrituale, die vielleicht noch mal überdacht werden sollten und demokratisch neu geordnet werden sollten. Das Ganze wird auch in der Kita verankert und zwar in der Konzeption der Kita. Dort wird der Demokratiebegriff, den die Kita entwickelt hat, verankert und auch festgeschrieben, in welchen Themen die Kinder sozusagen mitbestimmen. Beispiele für solche quasi-politischen Ansätze sind die Kinderstube der Demokratie. Hier gibt es relativ viele Evaluationsergebnisse auch raus und viele Veröffentlichungen zu der Kinderstube der Demokratie, wo auch hervorgeht, dass in Weiterbildung und Qualifizierung von Fachkräften stark dieser quasi-politische Ansatz verfolgt wird, indem Modelle besprochen werden, die in der Kita integriert werden können, aus der Politik entliehen. Ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt die Demokratie-pädagogischen Modelle. Die sind angelehnt an die Demokratie als Lebensform, etabliert von Dewey. Und dabei geht es darum, dass Dewey sagt, nicht die Gesellschaft und das politische System bestimmt über die Demokratie, die in der Gesellschaft etabliert wird, sondern die Demokratie kommt aus den Bürger und Bürgerinnen, in der Gesellschaft und bestimmt das politische System. Und diese Demokratie wird in allen Lebensformen gelebt. Das heißt, sowohl in der Kita als auch im familiären Umfeld, als auch beim Einkaufen und bei allen anderen Aktivitäten, die sie so haben. Und er sagt, übertragen im Sinne, man kann nur durch Erfahrungen Demokratie lernen. Also nur durch demokratische Erfahrungen ist es möglich, dass wir Demokratie auch lernen können. Und deswegen fordert das demokratie-pädagogische Modell die Fachkräfte auf, offen zu sein gegenüber situativen Handlungs- und Lösungsstrategien von Kindern. Das heißt, hier geht es auch darum, Kindern die Möglichkeit zu geben, eigenständig zu sagen, welches Modell, welches demokratische Modell brauchen wir jetzt, um diese Entscheidung treffen zu können. Und das kann sein, dass wenn wir wieder bei dem Beispiel bleiben, wir möchten ein neues Spielzeug kaufen, dass die Kinder sagen, wir möchten eine Abstimmung der gesamten Kita, welches Spielzeug gekauft werden soll. Es kann aber auch sein, dass die Kinder sich dafür entscheiden, wir möchten gern, dass eine kleine Gruppe, ein Ausschuss gebildet wird von Kindern, die dann stellvertretend für uns entscheiden, welches Spielzeug gekauft wird. Und diese Handlungsfreiheiten, die werden den Kindern in diesen demokratie-pädagogischen Modellen gegeben. Und es geht dabei darum, zu verstehen, dass die Demokratisierung immer auch ein Verhältnis der Generationen beeinflusst oder die Generationen die Demokratisierung beeinflussen. Denn man kann sich vorstellen, das hat Herr Feigl gut ausgeführt, dass Kinder noch nicht in der Lage sind, so hochkomplexe demokratische Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen und durchzuführen, wie sie eigentlich gebraucht werden in der demokratischen Gesellschaft. Also die Moral ist vielleicht noch nicht so weit entwickelt, die Kognition, die Versetzung in andere Perspektiven sind noch nicht so weit entwickelt. Und an dieser Stelle greift die Generation ein, die die Kinder in der Kita betreut, nämlich die Fachkräfte und geben Tipps und Hinweise, mit welchen Verfahren hier auch Kinder agieren können. Das heißt, hier ist ein gegenseitiges Lernen eigentlich im Mittelpunkt. Zum Kontrast zu der vorhergehenden Folie ist es bei dem demokratie-pädagogischen Modellen so, dass es keine Begrenzungen gibt, in welcher Form Kinder mitbestimmen können. Das heißt, in diesen Modellen können Kinder auch beispielsweise in Personalentscheidungen eingebunden werden. Und das gibt es in Deutschland einige Kitas, die grundsätzlich demokratisch arbeiten und Personalentscheidungen auch von den Kindern mittragen lassen. Das ist so, wenn eine neue Fachkraft angestellt wird, dann dürfen auch die Kinder dazu ein Feedback abgeben und dürfen sagen, können wir uns vorstellen, dass diese Fachkraft mit uns in der Kita arbeitet. Als Beispiel hier das Bundesprogramm Demokratie leben, aus dem Grund, weil es so vielfältig ist und diese demokratie-pädagogischen Modelle zulässt in seinen Fort- und Weiterbildungen. Die nächste Qualifizierung, inhaltliche Ausdifferenzierung, die ich gerne machen würde, ist der Bildungsbereich soziale Bildung. Und der konzentriert sich vor allen Dingen auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse, die gemacht wurden. Und hier wurden wir vorhin schon von Herrn Veilz ein bisschen angeteasert. Piaget mit seiner Perspektivübernahme, wo ganz klassisch gesagt wird, Kinder im Alter von sieben Jahren sind noch nicht in der Lage, die Perspektive so zu übernehmen, wie sie übernehmen werden müsste, um demokratisch gut zu handeln. Sie können sich noch nicht zu 100 Prozent in andere Menschen hineinversetzen. Oder auch die moralische Entwicklung von Kindern, die Kohlberg gut beschrieben hat, ist auch im Alter von sieben Jahren, wo die meisten Kinder ja spätestens dann auch aus der Kita haustreten, noch nicht so weit entwickelt. Und dieser Bildungsbereich soziale Bildung und das, was dann in den Qualifizierungen vermittelt wird, ist genau diese Erkenntnis. Und es wird aber auch vermittelt, wie Fachkräfte darauf einwirken können, damit diese Kompetenzen, die Vorläuferkompetenzen der Demokratie sind, weiter gefördert werden können in der Kita. Und welche Lösungsstrategien dort übernommen werden können. Und da ist es als Beispiel die Philosophie mit Kindern, wo man Kindern Dilemmata vorsetzen kann, moralische Dilemmatas, um die mit Kindern zu besprechen und dort sowohl die moralische Entwicklung der Kinder zu fördern, nämlich zu fragen, warum siehst du das so, wie du es siehst? Oder wie könnte es auch anders sein? Kannst du dir vorstellen, wie diese Person sich in dieser Situation fühlt? Ganz allgemein findet diese Bildung, dieser Kompetenzerwerb in allen Modellen statt, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe und auch im Sozialisationsprozess. Das heißt, es braucht nicht unbedingt die Demokratie, um diese Kompetenzen zu entwickeln, aber diese Kompetenzen sind wichtig, um demokratisch zu handeln. Und diese Kompetenzen können gefördert werden und werden auch in Qualifizierungen sozusagen gefördert. Und als letztes, weil das nochmal so ein bisschen eine eigene Darstellung hat, finde ich, sind es reformpädagogische Modelle, die man sich anschauen kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo Sie alle gut Bescheid wissen darüber, denn Montessori-Pädagogik, Regio-Pädagogik und auch die Frübel-Pädagogik sind Begriffe, die allen gut bekannt sind. Und auch in diesen Ansätzen findet demokratisches Handeln statt. Denn alle diese Ansätze haben eine Sache gemeinsam, sie sollen Kinder zum selbstbestimmten Handeln anreden. Und das ist, wenn wir uns nochmal an die drei Artikel des Grundgesetzes und auch des N-Kita-Ges erinnern, in allen beschrieben, nämlich das selbstbestimmte Handeln des Bürgers, was in diesen reformpädagogischen Modellen sozusagen gefördert wird. Die sind natürlich im Gegensatz zu anderen teilweise sehr aufwendig, sehr zeitintensiv für die Fachkräfte, da eine Fortbildung zu machen. Aber dafür ist dann die, sozusagen die ganze pädagogische Einrichtung mit dieser Grundhaltung auch vertraut. Die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt, wenn wir eine Qualifizierung durchgeführt haben, zu sagen, dass nach dieser Qualifizierung eine bestimmte Qualität in der Kita erreicht wird oder behalten bleibt? Und warum ist es eigentlich wichtig, dass wir das machen? Reicht es nicht, dass, wenn ich als pädagogische Fachkraft denke, okay, das läuft heute richtig gut, ich glaube, die Fortbildung hat was gebracht, das, was ich eingebracht habe, die Ideen, die sind gut, warum muss ich das dann noch evaluieren? Warum braucht das eine Qualifizierung? Und auch hier möchte ich mich einmal gern ganz klassisch auf den rechtlichen Weg nähern. Und da habe ich in SGB VIII geschaut und da in den Paragraph 22 und 22a ist der Paragraph, der sich sehr mit der Kita auseinandersetzt. Und dort wird auch wieder dargestellt, gefordert, dass Träger und auch Einrichtungen selbst die Qualität ihrer Förderung an den Kindern evaluieren. Und dass sie geeignete Maßnahmen entwickeln, um sicherzustellen, dass diese Qualität bleibt und dass sie auch weiterentwickelt wird, dass sie noch qualitätsvoller wird. Die Frage ist jetzt, und jetzt kommt ein kleiner Exkurs, was ist eigentlich pädagogische Qualität? Denn das ist ja das, was hier erörtert werden soll. Ist die pädagogische Qualität, die ich in der Kita mache mit den Kindern, überhaupt gut? Und ich glaube, wenn wir jetzt eine kleine Meinheit machen würden, hätten wir 100 verschiedene Begriffe, was pädagogische Qualität bedeutet. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe ein kleines Zitat von Tietze rausgesucht. Und der sagt, pädagogische Qualität in einem Kindergarten ist dann gegeben, wenn die jeweiligen pädagogischen Orientierungen, Strukturen und Prozesse das körperliche, emotionale, soziale und intellektuelle Wohlbefinden und die Entwicklung und Bildung der Kinder in diesen Bereichen aktuell, wie auch auf Zukunft gerichtet, fördern und die Familien in ihren Betreuungs- und Erziehungsaufgaben unterstützen. Ganz schön komplex, was im Prinzip eine pädagogische Qualität ausmacht in einer Kita. Und wenn wir uns mal anschauen, was ist das eigentlich für eine Qualität oder für eine Dimension, die wir uns anschauen, muss man in einer Kita sagen, es ist eigentlich eine Qualität im Sinne einer Dienstleistung. Die Dienstleistung, die an verschiedenen Punkten ansetzt, nämlich die Dienstleistung an die Kinder, sicherzustellen, dass sie sich körperlich, emotional und sozial gut entwickeln. Sicherzustellen, dass sie gut vorbereitet sind auf die Zukunft und aber auch den Eltern sozusagen zu zeigen, dass das Betreuungs- und die Erziehungsaufgabe in der Kita gut aufgehoben ist und dass sie ihre Kinder hier auch abgeben dürfen. Und wie man hier im Prinzip auch weiter gut sehen kann, das habe ich schon angesprochen, ist es sehr komplex und sehr mehr, also es ist mehrdimensional. Wir haben verschiedene Ebenen, die wir hier beachten müssen. Wir haben die Kinder, die in die pädagogische Qualität mit einspielen. Wir haben die Fachkräfte. Wir haben die pädagogische Orientierung der Einrichtung. Und wir haben die Eltern, die auch in diese Qualität mit reinspielen. Und komplex, weil verschiedenste Bereiche abgefragt werden. Es geht um die Entwicklung der Kinder. Es geht um die Orientierung der Kita, die gut sein soll. Und es geht darum, Eltern zu unterstützen oder Familien zu unterstützen, die Betreuungs- und Erziehungsaufgabe wahrzunehmen. Und diese Qualitäten werden evaluiert. Und die werden auch evaluiert in den Fortbildungen der Demokratiebildung. Und diese Dimensionen, die dort evaluiert werden, ist einmal eine Strukturqualität, die erhoben wird. Also wie gut bereitet der Träger die Kita vor? Wie ist die Fachkräfte-Kind-Schlüssel? Wie sind die Raumvoraussetzungen? Und wie ist aber auch die Gruppengröße angesetzt? Das sind also Dimensionen der Struktur, die man gut erheben kann. Durch Interviews zum Beispiel oder durch Befragungen. Dann gibt es die Orientierungsqualität. Hier auf der Ebene der Einrichtung, der individuellen Einrichtung. Welche Orientierung hat die Einrichtung? Welches Bild des Kindes liegt vor? Auch das lässt sich sehr gut qualitativ und auch wahrscheinlich quantitativ herausfinden. Und dann kommen wir zu der vorletzten Ebene, die auch noch evaluiert wird. Nämlich die Prozessqualität. Also wie gut ist die Interaktion zwischen Fachkräften und den Kindern? Auch das wird in allen demokratischen Fortbildungen evaluiert. Wie gut funktioniert im Prinzip die Methode mit den Kindern? Und jetzt kommen wir aber zu einer Ebene, die nicht evaluiert wird. Und das ist die Ergebnisqualität. Und die Ergebnisqualität sagt aus, dass, was bewirkt diese Fortbildung der Fachkräfte eigentlich bei den Kindern? Also ist es so, dass wenn ich einen Mehrheitsentscheid in der Kita einführe, dass die Kinder damit auch lernen, dass Mehrheitsentscheide demokratisch sind und etwas bringen? Diese Ebene wird nicht evaluiert und die ist schwer zu evaluieren, denn hier zählt nicht nur die Kita mit, sondern auch die Eltern und das Elternhaus. Ganz kurz noch, das sind so die normalen Evaluationsmethoden, die sozusagen derzeit in den Fortbildungen eingesetzt werden zur Demokratie. Es gibt einmal die Ebene der Selbstevaluation. Da geht es wirklich darum, dass Fachkräfte selbst reflektieren mit einem sehr geringen Ressourceneinsatz. Wie funktioniert das, was ich in der Kita mache? Das hat eine Veränderung auf das individuelle Arbeitshandeln und eine hohe Arbeitszufriedenheit, zieht das nach sich. Ist aber nicht gerade für die ganze Einrichtung übertragbar. Es ist sehr subjektiv, nur die Einschätzung der Fachkraft zählt und es ist natürlich als Voraussetzung, man muss Perspektiven übernehmen können und sich in andere hineinversetzen. Darunter stehen nochmal so typisch und klassische Modelle, die dann angewandt werden, Supervision, Fachberatung, teaminterne Austauschen, auch Videoanalysen. Ich glaube, das kennen die meisten aus ihrem pädagogischen Alltag. In der Fremdevaluation geht es darum, Einschätzungen zu treffen, aber anhand operationalisierter Kriterien, also Kriterien, die sozusagen für alle gleich sind. Und das wird durch externes Personal gemacht, was natürlich einen sehr hohen Ressourceneinsatz nach sich zieht und auch eine negative Auswirkung auf die Arbeitszufriedenheit hat. Denn stellen Sie sich mal vor, es sitzt den ganzen Tag jemand hinter Ihnen, der mitschreibt und im Prinzip guckt, wie gut oder schlecht Sie arbeiten. Das hat einen psychischen Effekt auf Sie, jedenfalls wurde das in Studien nachgewiesen. Und es ist nur bedingt auch auf Sie als Person individualisierter und rückschlussbar. Typische Merkmale hier sind halt Interviews, Beobachtungen, Fragebögen und auch Videoanalysen, die aber von Dritten ausgewertet werden. Und wie wir jetzt aber Kinder einbeziehen können in diese Qualitätsanalysen, beziehungsweise auch in die Evaluation und was Kinder allgemein in der Demokratie für Bespracherechte haben, da übergebe ich gerne an Herrn Veit. Falls Sie sind noch stumm. Danke. Ob ich direkt darauf eine Antwort habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich wollte nur, also ich würde sozusagen den Aspekt der Fremdevaluation nochmal ein bisschen aufgreifen wollen. Im Sinne von, jetzt erlaube ich mir einmal sozusagen da den Bezug zur Schule direkt herzustellen, im Sinne von, was ist im schulischen Kontext inzwischen üblich, wenn es um die Evaluation von Fortbildungen geht. Also von Qualifizierungsmaßnahmen jetzt auf der Ebene von Fortbildungen. Und da orientiert man sich inzwischen an einem Modell, das vor allem Frank Lipowski aus Kassel sehr stark gemacht hat in den letzten Jahren. Das besteht im Grunde aus vier Ebenen und macht im Grunde so ein bisschen nochmal, was Sie beschrieben haben, Fremdevaluation, Selbstdevaluation, nochmal so eine Quersicht deutlich. Und auf der ersten Ebene geht es in der Regel darum, wie zufrieden sind die Teilnehmenden von Fortbildungsmaßnahmen mit der entsprechenden Maßnahme, mit dem Angebot, mit je nachdem, wie es läuft. Und so die klassischen Rückmeldesysteme sind, ich sage mal, die Happiness Sheets. Und die zweite Ebene ist sozusagen auf der Ebene dann der Teilnehmenden anzusiedeln, wenn es darum geht, was haben sie gelernt, was für, sozusagen, wie haben sie ihre Kompetenzen erweitert, haben sie einen Wissenszuwachs, den sie aus der Fortbildung mitgenommen haben. Also kann man eine Veränderung, sozusagen, subjektiv zunächst mal beobachten, Kompetenzzuwachs. Die dritte Ebene ist die Ebene, wo es ganz konkret um die praktische Anwendung geht. Also eigentlich sozusagen der Fokus, den Herr Wolf jetzt auch ein bisschen, sozusagen, schon ins Zentrum gerückt hat, zu sagen, was kommt denn an, dann sozusagen, in der Interaktion mit den Kindern. In dem Fall bei Lehrkräften geht es sozusagen häufig um die Frage, verändern die ihr Unterrichtshandeln. Also spürt man etwas von der Fortbildung in der Praxis dessen, was im Unterricht geschieht und können die Schülerinnen und Schüler das bestätigen, dass da etwas sich verändert. Also das, auf der Ebene, guck mal so nach, das ist die dritte Ebene. Und man kann sagen, ja, eigentlich die entscheidende Ebene, wenn man so will, ist die vierte Ebene. Da geht es um die Frage, wie wirkt sich das, was die Lehrkräfte in den Fortbildungen gelernt haben, im Lernen der Schülerinnen und Schüler aus? Also was übernehmen, oder übernehmen ist der falsche Begriff, welche Anregungen erhalten die Schülerinnen und Schüler dadurch, dass die Lehrkräfte sozusagen an Fortbildungen teilgenommen haben? Und aus unserer Sicht ist das eigentlich die entscheidende Frage. Aber das ist die schwierigste Ebene und sozusagen auch die komplexeste, weil man natürlich sehr gerne wissen will, also es geht ja, die Lehrkräfte machen es ja nicht nur sozusagen, um sich weiterzubilden, sich fortzubilden, um die Differenz zu wahren, um sich weiter zu qualifizieren, um ihre Fähigkeiten sozusagen en vogue zu halten, sondern der Zweck des Ganzen ist ja, die zentrale Gruppe in Schule, nämlich die Schülerinnen und Schüler, in ihrem Lernverhalten zu unterstützen und zu motivieren. Und wenn man das jetzt sozusagen auf den Kita-Bereich überträgt, auf den Bereich der Kindertagesstätten, hat man sozusagen plötzlich auch die Ebene und ich glaube, also ich würde sagen, es funktioniert eigentlich. Also das ist die Frage zum einen, was nimmt man aus Fortbildungen mit, so und so weiter, ja, es war so und so, war anregend, noch nicht so anregend, wie auch immer. Also sagen, aber die zweite Ebene ist, und was habe ich gelernt? Und die dritte Ebene ist, zu sagen, und tue ich das auch? Und wir wissen ja, zwischen sozusagen Wissen und Handeln gibt es eine Differenz. Also man tut nicht unbedingt das, was man sozusagen für richtig findet oder wie auch immer. Also da ist nochmal, zu sagen, eine Schwelle in die konkrete Praxis, in die Umsetzung. Und auch da, wozu das Ganze? Also eigentlich, um die Kinder in ihrer Subjektbildung zu fördern, in ihrer Entwicklung zu fördern, in ihrer Eigenständigkeit zu fördern, um sie zu befähigen dann, wenn man es jetzt auf unseren Bereich wieder Demokratie bezieht, wird man sagen, um sie in demokratiepolitischen Kontexten stark zu machen. Das ist eigentlich Sinn und Zweck. Und jetzt können Sie gerne die nächste Folie nochmal, das ist die alte. Jetzt kann man natürlich genau an der Stelle die Frage stellen, wie erfährt man von den Kindern, dass sie sozusagen in diesen verschiedenen Bereichen und Demokratiekompetenz und so wie ich es verstanden wissen, sozusagen wirklich eine Förderung erleben, dass sie sozusagen weiterkommen, dass ihre sozusagen Demokratieaffinität gefördert wird. Ich will es auch so beschreiben. Und das erfordert im Grunde sozusagen zwei Ebenen. Man braucht Indikatoren und da würde ich sagen, das Modell Demokratiekompetenz bietet so etwas an. Man kann damit arbeiten und kann das sozusagen operationalisieren. Und das Zweite ist, man braucht Methoden, die es ermöglichen, Kinder im praktischen Handlungsvollzug zu beobachten und zu gucken, wie demokratisch handelt sie eigentlich schon. Und auf der anderen Seite Methoden, die es ermöglichen, das Demokratieverständnis von Kindern zu erfassen. Und das wiederum heißt im Grunde, das ist jetzt, wo ich gleich den Ball zurückspielen will nochmal, das heißt im Grunde, darüber nachzudenken, wie bringt man Kinder nicht nur zum Sprechen, sondern in Ausdrucksformen, die sozusagen ihre Ausdrucksmöglichkeiten auch sozusagen berücksichtigen, um von ihnen zu erfahren, wie sie schon demokratisch handeln und was sie schon von Demokratie verstehen. Und wie gesagt, jetzt sozusagen mit diesem auf kindliches Entwicklungsniveau transformierten Kompetenzmodell. Das ist, glaube ich, die interessante Herausforderung. Und wie gesagt, und das, was uns treibt dabei, ist eben, es genügt nicht sozusagen, ich sage mal, die demokratieförderliche Wohltat auf die Kitas und die Kindertageseinrichtungen auszustreuen, zu sagen, macht mal und guckt mal und dann die Fachkräfte zu befragen, macht der das denn schon? Ja, wir machen Kinderrat und so. Und dann weiß man aber gar nicht sozusagen, was machen die Kinder im Kinderrat? Das ist eigentlich so der Punkt. Wir organisieren, was in der Schulpädagogik manchmal kritisch gesehen wird, wir machen die Morgenkreise oder die Gesprächsforen und dann stellen wir dieses und jenes sozusagen fest, dass da eben doch interveniert wird von außen oder dass die Schüler in einer Weise sprechen, die auch nichts mit Wertschätzen zu tun hat. Und hier geht es im Grunde darum, solche Formen dann und Praktiken zu realisieren und die Kinder zu befragen, wie sie sich denn in diesen Praktiken zurechtfinden, was sie übernehmen, wie sie das wahrnehmen. Also das ist eigentlich so sozusagen das Interessante, also eine partizipationsorientierte Evaluation im Grunde. Und Partizipation heißt, Kinder mitzubeteiligen. Das ist eigentlich die, ich würde mal sagen, die methodische Herausforderung, vor der wir stehen. Genau und dazu habe ich mir, oder das ist im Prinzip das große Thema in dieser Masterarbeit, und ich habe Ihnen jetzt im Prinzip mal vier Aspekte mitgebracht, wie man das realisieren kann, wie man im Prinzip Kinder partizipativ in Evaluationsmethoden einbeziehen kann. Und auf der linken Seite sehen Sie so ein Tablet, wo so ein Finger drauf zeigt. Und diese Methode bedeutet einfach, dass man multimedial agieren muss mit Kindern, wenn man mit Kindern spricht. Das bedeutet zum einen, dass man natürlich ganz einfach Bildkarten nehmen kann und mit Kindern dann über diese Bildkarten spricht. Und diese Bildkarten Situationen zeigen, die demokratische Kompetenzen erfordern. Oder, um sie im Prinzip noch partizipativer einbeziehen zu können, ist es auch möglich, den Kindern dieses Tablet zu geben und den Kindern zu sagen, bitte filmt und fotografiert euren Alltag, immer dann, wenn ihr feststellt, jetzt ist gerade Demokratie. Und das kann dann natürlich der Morgenkreis sein, das kann dann auch die Ausschüsse in der Kita sein. Das können aber auch ganz, ganz andere Momente sein, die wir als Forscher vielleicht gar nicht im Blick nehmen und auch Sie als Fachkräfte vielleicht noch gar nicht in den Blick haben, weil die Situation, das Anziehen selbst zu bestimmen, beispielsweise in der Kita, auch hochdemokratisch abläuft. Und mit über diese Entdeckung der Kinder kann man dann natürlich wieder mit ihnen sprechen und herausfinden, warum hast du das denn eigentlich fotografiert und was steckt eigentlich dahinter? Dieses Teleskop soll die klassische Beobachtung dokumentieren. Also, dass externe Menschen in die Kita gehen und eine teilnehmende Beobachtung durchführen oder eine nicht teilnehmende Beobachtung und beobachten, wie läuft denn zum Beispiel so eine Kinderkonferenz ab und was haben die Kinder dort für Aufgaben und welche Kompetenzen brauchen die Kinder denn dort, um auch diese Aufgaben wahrnehmen zu können. Und wenn man das auch noch über einen längeren Zeitraum erhebt, hätte man sogar einen kleinen Längsschnitt, um zu schauen, wie haben sich die Kinder da entwickelt. Die nächste Methode auf der rechten Seite ist, das Interview mit diesen drei Menschen festgestellt oder dargestellt, mit Kindern Interviews zu führen, zu reden über bestimmte demokratische Begriffe, um halt abzutesten, gibt es denn das Wissen eigentlich? Und das vielleicht auch im Vergleich zu machen, also wie ist es denn vor einer Weiterbildung der Fachkräfte, wie ist es dann kurz nach der Weiterbildung der Fachkräfte und wie entwickelt es sich denn auch nach einem Jahr? Also ist das Wissen, das wirklich kognitive Wissen über Demokratie denn jetzt vorhanden? Und in der Mitte, die große Lupe, fasst alles so ein bisschen zusammen. Da geht es um Interaktionsanalysen. Also zu schauen, wie interagieren die Kinder untereinander. Und zwar untereinander in ganz normalen Alltagssituationen des Spiels. Werden dort demokratische Handlungskompetenzen angewandt? Ist es so, dass die Kinder transparenter beispielsweise umgehen? Ist es so, dass die Kinder partizipativer mit Spielsachen umgehen? Und diese Interaktion kann man filmen beispielsweise und auch mit den Kindern besprechen. Und zu fragen, warum hast du in dieser Situation genauso reagiert, wie du reagiert hast? Und dann im Prinzip zu erörtern, ist das eine Demokratiekompetenz, die die Kinder erlernt haben, aufgrund dieser Fortbildung. Vielleicht immer im Vergleich mit vor der Fortbildung und nach der Fortbildung. Also relativ einfache Methoden und diese Methoden sind auch nicht neu. Also das ist nicht, dass ich mir diese Methoden aus dem Hut zaubere, sondern es gibt ganz praktische Methoden, wie man mit Kindern ins Gespräch kommt. Aber es gibt noch keine Methoden, wie man mit Kindern über Demokratie ins Gespräch kommt. Und diese demokratischen Evaluationsmöglichkeiten oder partizipativen Evaluationsmöglichkeiten, die braucht es noch, wenn wir sagen wollen, eine Fortbildung, eine Weiterbildung ist qualitativ hochwertig gewesen und die Kinder nehmen davon was mit. Und wenn wir nicht auf dieser Ebene stehen bleiben, wird es in der Praxis überhaupt angewandt, was ich in der Weiterbildung erlebt habe. So viel dazu. Ich danke hier an der Stelle für das Netz zuhören und die Kommentare im Chat. Ich glaube, da gehen wir bestimmt gleich noch ein bisschen drauf ein. Die letzten beiden Folien nochmal im Schnelldurchlauf, die Quellen. Also da können Sie gerne nochmal weiterlesen und sich noch ein paar informative oder noch ein paar mehr Infos zu holen. Und ansonsten würde ich die Freigabe jetzt auch wieder beenden. Dankeschön.